Wir sind von Unique Planet. Uns gibt es seit September letzten Jahres, also seit 2011, sind dementsprechend noch ein recht junger Verein, auch mit ganz jungen Mitgliedern, also von 16 bis 22 Jahre ist so das Alter. Ja, sind halt hier im Moment in Hannover aktiv. Also ich bin Jui. Ich bin seit Anfang 2012 mit bei Unique Planet aktiv. Seit neuestem bin ich sogar die Ansprechpartnerin für den AK Soziales, also den Arbeitskreis Soziales. Ich heiße Tobi, bin 21 Jahre alt und darf schon seit Anfang an dabei sein. Unique Planet besteht zur Zeit aus ca. 25 Aktiven. Es gibt Schüler, es gibt FEJler, FSJler, BUPTIs, es gibt Studenten, es gibt Nichtstudenten, es gibt Praktikanten und alles Mögliche. Wir machen halt verschiedene Aktionen, haben verschiedene Arbeitskreise, auch zum Thema Umwelt, Soziales, Pädagogik und so weiter, weil wir halt versuchen, so einen ganzheitlichen Aspekt die Dinge zu betrachten und etwas zu verändern. Ich persönlich war oft bei Greenpeace aktiv, bei Attac, bei vielen anderen Organisationen und Initiativen und mir hatte das ein bisschen gefehlt, dass es so alles schwerpunktlastig ist, weil im Grunde alles miteinander zusammenhängt. Das ist die Idee von Unique Planet. Zum Beispiel, was ich esse, hat nicht nur was mit mir selbst, mit meiner eigenen Gesundheit zu tun, sondern ist unter anderem noch ganz elementar wichtig für die Art und Weise, wie wir mit den Lebewesen umgehen, also das Leid der Tiere. Grundsätzlich haben wir immer unsere Mutter, lass uns die Veränderung sein, die wir uns für die Welt wünschen. Und das ist halt wirklich das, was wir uns wünschen, dass wir halt einfach im Kleinen etwas bewegen, vielleicht zwei, drei Menschen dazu bewegen, weiter darüber nachzudenken, bewusster zu leben, zu gucken, ja, wie ernähre ich mich oder wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um. Wir wünschen uns eigentlich einfach nur, dass die Menschen darüber nachdenken, was sie tun und bewusst leben. Deswegen auch heute die Aktion auf dem Mostermarsch hier in Hannover hat das Friedensbüro ganz viele Organisationen zusammengefasst, in Tradition im Grunde der 50er Jahre, die Menschen, die dann sagten, hey, da, wir müssen unbedingt was gegen die Atomkraft machen und Atom, ja, letztlich Atomwaffen. Und jetzt nochmal eine Renaissance im Grunde erlebt, wo wir alle zusammen gegen den Krieg protestierten und sein Zeichen für den Frieden setzen wollten. Darüber hinaus wollten wir aber auch noch natürlich Informationsmaterialien verteilen, ein bisschen aufklären, einen ganzheitlichen Ansatz. Können wir Humanität wirklich mit Mitteln verteidigen, die all das zerstören? Zurück mit den 7.049 im Ausland eingesetzten Soldaten. Raus aus Afghanistan, raus aus dem Kosovo und raus überall mit den Salvatten. Krieg hat nicht nur was mit mir zu tun, mit den Mitmenschen, die daran sterben, sondern vor allem auch mit der Umwelt. Das Militär ist eines der größten Klimasender und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und darüber hinaus noch ganz wichtig war uns, ein positives Zeichen mit rauszugeben. Also nicht nur diese Frustration mitzuerleben, sondern hey, wir können alle was dagegen tun und alle ein Zeichen für den Frieden setzen. Und dementsprechend haben wir einen riesengroßen Plakat aufgestellt, wo jeder sein Zeichen für den Frieden machen konnte. Und das wurde bisher fantastischerweise auch genutzt. MLM, das sind unsere Anfangsbuchstaben für Frieden. Die Länder sollten sich gut verständigen können und keinen Krieg haben. Das ist irgendwie unnötig. Man soll ja in Frieden leben und nicht in Krieg. Wir haben überlegt, ob wir einen Young Uni Planet gründen, einfach einen Zweig für Jüngere, die sich auch engagieren wollen. In Zukunft haben wir ein anderes Projekt gestartet und das heißt Info ab. Und da geht es tatsächlich darum, dass wir auch Infoabende organisieren, dass wir uns ein bestimmtes Thema aussuchen und dazu Referenten einladen, die dann uns halt etwas beibringen. Wir werden das auf unserer Homepage auch dann veröffentlichen und jeder ist dann dazu herzlich eingeladen, mitzumachen. Man wirft der Friedensbewegung ja oft vor, sie sei vergraut und ein wenig in die Jahre gekommen. Aber genau da setzen wir ein und sagen, nein, lasst uns die Veränderung sein, die wir uns für die Welt wünschen. Wir sind UNIQUE Planet.